An dem Haus wird einfach deutlich, dass wir alle eins sind. Wir sind miteinander eins und aber auch mit der Natur eins. Und wenn ich ein Mosaiksteinchen zerstöre oder manipuliere, dann fällt es zusammen und dann bin ich nicht mehr vollständig. Und das zeigt das Haus. Das, was die Menschen ausmacht und das in ein Haus gepackt, das finde ich eigentlich ganz spannend. Das, was die Menschen ausmacht und die Menschen ausmacht.